Merry Christmas, Filmbike und Tour, öfters mal anders surpricen. Wo? Bei Edeka, Rönderstraße, Nürnberg, öfters mal anders surpricen. Fit fürs Fest, Heinz Ketchup and more. Unterwegs bei Galakom.tv für mehr Zivilcourage, öfters mal anders auffallen. Vielen Dank, Herrn Kirsch, der etwas andere, Matje, Galakom.tv. Na dann, bis bald auf den Bühnen dieser Welt, mehr Mensch, 2016. Und natürlich darüber hinaus, viel Glück, Peace worldwide on planet.